Die CT hatte 4 Sportuhren im Test, die Herzfrequenzmessung über einen gekoppelten Brustgurt ermöglichen und einen GPS-Empfänger eingebaut haben. Alle Testkandidaten sind vergleichsweise hoch, da neben dem Empfänger auch die dazugehörige Antenne Platz finden muss. Selbst mit einem großen, hochauflösenden Display wäre keine GPS-Sportuhr in der Lage, alle ermittelten Werte gleichzeitig lesbar anzuzeigen. Daher sind sie auf mehrere Seiten verteilt, durch die aber lediglich Garmin's Forerunner 610 automatisch blättert, wahlweise in drei Geschwindigkeiten. Timex Run Trainer 2.0 hat eine recht eigenwillige Tastenbelegung. So gelangt man mit dem großen gelben Knopf in die Untermenüs und mit dem Backknopf zurück. Um eine Trainingseinheit zu starten, muss man erst ins Menü Chrono navigieren. Und dann auf dem Startknopf unten rechts drücken. Der Backknopf ist nun allerdings anders belegt. Hierüber kann man sich zeigen lassen, welche Werte gerade im Display erscheinen oder zu einer anderen Anzeige wechseln. Die Polar RC3 GPS fragt bei Start nach, welches Sportprofil genutzt werden soll. Eine Multisport-Unterstützung gibt es aber nicht. Ab Werk nennt die Uhr beim Wechsel zwischen den Anzeigen immer die Nummer der Ansicht. Dies lässt sich aber deaktivieren. Bei der Suuntu Ambit 2S lassen sich beliebige Trainingsprofile erstellen. Auch eine Multisport-Funktion ist vorhanden. Jetzt lasst Bahnen zum Anzeigen. Das ist interessant. Untertitelung des ZDF, 2020